Hallo, mein Name ist Frank-Michael Schlede. Ich möchte Ihnen in diesem Videotraining zeigen, wie Sie FTP, das File Transfer Protocol, auf Ihren Systemen und im Netzwerk nutzen können. Ich bin seit mehr als 25 Jahren in der IT als Administrator, Journalist und Trainer tätig und beschäftige mich dabei intensiv mit allen Themen rund um die verschiedenen Netzwerke und Betriebssysteme. Die Videos richten sich an alle Anwender, die bisher nur wenig oder auch noch gar nicht mit FTP und den dazugehörigen Programmen gearbeitet haben. Einige grundlegende Erfahrungen mit dem gängigen Windows-Betriebssystem und dem Einsatz eines Netzwerks werden jedoch vorausgesetzt. Zu Beginn des Trainings zeige ich Ihnen, was es mit FTP auf sich hat und warum der Einsatz dieses Protokolls und seiner Lösung auch in den Zeiten von Dropbox und Co. nach wie vor seine Berechtigung hat. Sie sehen, wie Sie mit Hilfe der freien Software-Fallseller ohne Schwierigkeiten auf Daten über das Netz und das Internet zugreifen können. Weiterhin demonstriere ich, wie Sie auch ohne zusätzliche Software, mit Hilfe des Explorers, eines beliebigen Browsers oder direkt von der Kommandozeile schnell und sicher auf einen FTP-Server zugreifen können. Damit Sie nicht nur die Client-Seite dieser Software kennenlernen, zeige ich Ihnen in einem weiteren Video dann auch noch, wie Sie selbst einen FTP-Server mit einer ebenfalls freien Software auf jedem Windows-System einrichten können. Unternehmen Sie mit mir Ihre ersten Schritte mit FTP und sehen Sie, welches Potenzial in den verschiedenen Programmen und Anwendungen steckt, die dieses Protokoll nutzen. Viel Spaß mit diesem Videotraining zum Thema FTP.